Unser Vorteil ist von der Reichweite. Der Tee ist gut, guck mich mal an. Okay. Danke. Bitte. Okay, da hinten nach 270 Grad. Denkwäsche. Ja, da sind, da sind Gegner. Funden in Parnesee. Seid weg. Hat Fußsoldaten. Wer ist ausgestiegen? Wir können uns ein paar Füße Kratzer in Lack machen. Gar nicht, glaube ich. Nein. Nein, du bist raus. Nee, ich bin raus. Jetzt dürft ihr auch steigen. Weit weg. Ich bin weggeflogen. Ich bin weggeflogen. Ach ja, eine Symphonie. Hm? Ich sehe keine Bewegung mehr. ich sehe da ein roteradattentakt, irgendwo auf zwölf Uhr ja, ja, da ist ein Fahrzeug das ist noch ein Mg drauf, wieder ja, was für ein Fahrzeug wie der Lufthabwehr Lufthabwehr, dann nutzt bitte den Säger, macht es dem möglich Schmelzplatten wir hätten die jetzt noch abgeboten ich finde es noch nicht störend ja, das klappt gut das sah dann auch teilweise aus das sind aber auch viele Fußsoldaten nach außen rum ja, gucken wir noch nach der Munition vielleicht, dass hier alles platt aus sei sparsam damit 600, 650 das habe ich noch also ihr könnt am Hubschrauber da, also am Flugfeld, da ist so ein Hubschrauber-Landeplatz markiert, da könnt ihr auch die Außen-Munitionieren ok ja, ich nein, einer läuft nach oben ja, von der eine die anderen hier, die sind auch bewaffnet gegen Infanterie sollten hier eigentlich ganz gut was ausrichten schauen wir gerade nochmal hier in dem Gebäudekomplex ich habe gerade noch ich sehe einen roten Radarkontakt das sind da bei uns, oder? ich weiß nicht, welche 1-8-0 roten Radarkontakt ja, aber ich weiß nicht, wer da von uns ist das da ist nicht von uns das ist ein Tank machen weg ja, ist kaputt ok, sehr gut jetzt laufen wir da sehr gut, das ist nicht so wichtig ja, okay weiterer Radarkontakt auf 12 Uhr naja, da sehe ich noch ein Luftabwehrgeschütz weg damit ja sowas kann ich hier gar nicht gebrauchen das ist noch irgendwas näher als das im Ort ist ein Jeep besetzt da naja, den sehe ich auch kaputt kaputt ja, ok, das war der das war der Kontakte ja des Weiteren habe ich noch jetzt auch der hinterläuft noch mal pro hier ja der brennt aber schon er ist gerade gegangen ich sehe das nicht genau, was das ist Mo ist gegangen hier laufen halt ganz viele Infanterieleute rum um diese Geschütze und den Jeep und so aber wäre natürlich die Munition weg Gott, die bekämpfen wir erst mal wenn wir näher dran sind die Leute auf dem Boden sollen ja auch noch was zu tun haben von dem Jeep, die kommen jetzt hier rüber attack voraus ach, ich war schneller Freshman ich muss nur sicher gehen Graffi, da gibt es noch mehr Deckung brauchst du nach rechts auf okay, Gast, also wir sind jetzt hier erstmal für die Nahbereichsbeteiligung wir sind jetzt geklaut weg damit auf ja, im G vorne ist leer also unser primäres Anliegen ist die Sicherheit der Leute auf dem Boden äh, pass auf, links links nehmen wir jetzt rein, ich bin halt am Feuer drag out, oben rein in die Burg